Hallo, danke für die schöne Nominierung, Maike Freuer. Ich nominiere Ralf und wenn du es nicht machst, dann kriege ich einen Sack Butter von dir geschenkt. Als zweites nominiere ich Rainer, wenn du es nicht machst, dann kriege ich fünf Hunde Würze von dir geschenkt. Und als letztes nominiere ich Regina und wenn du es nicht machst, kriege ich einen mega leckeren Kuchen von dir. Und ich darf einmal mit Linea ein Turnier starten und du musst das Startgeld bezahlen. So, ich muss jetzt hier in dieses dumme Wasser springen, was aussieht. Ja, okay. Ähm, ja. Scheiße. Mach! Ich hab! Und... Au! Ich schluss! Au! Ah, so Understand! So awkward... Aber für mich muss es sein schon maximal dazu.